christian herz vielen vielen dank man final christian du hättest doch gar nichts geben müssen ja ehrlich heiland urlaub bald geil viel spaß auf jeden fall final yes dann du du bist doch krass christian haupttyp alter ehrlich blacky immer sympathisch ab und zu bin ich auch manchmal vielleicht unsympathisch weil mich was regert aber freut mich trotzdem zu hören so was hab mich heute auch angemeldet wie läuft sport wo ich muss ehrlich sagen an sich sehr gut aber ich hab mir heute was gegönnt mein kollege hat geburtstag und hat einfach am restaurant gemietet bei so all you can eat hat gut getan mal wieder ja einfach mal essen beim chinesen sehr geil mit 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 dem ist Sei ehrlich Boxen oder Safe. Fitness auf jeden Fall. Aber guck mal, ich gehe immer nachts und nachts ist immer leer. Du kannst in Ruhe die Geräte machen ohne Warten oder ohne Probleme. Ich finde nachts immer geiler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin fertig, Digga. Habt ihr noch gar nicht erzählt? Schau mal WhatsApp. Geil. So was ist geil. Glückwunsch auf jeden Fall, Digga. Christian, du hast die Pop-Nachricht, Digga. Das ist echt top. So was ist geil. Oh, ist... Oh, red. Das ist nett. Controller Nass bei Adi, kann sein, kann sein. Marco, ich habe das erst zu spät mitbekommen mit diesem Video. Sehr, sehr geil, Digga. Es ist auch so kurz, es ist nicht so lange, das kann man entspannt ansehen. Aber weißt du, was mir heute geschrieben worden ist, Digga? Ich habe auch in YouTube eine Nachricht gesehen, das war einzig, glaube ich. Der meinte, der vermisst dieses volle Gameplay, so 20 Minuten. Ich sage dir so, wir schaffen diese 4000 Stunden easier. Dann kann ich auch wieder aktiver streamen, viel mehr Zeit auch für Digga. Hör doch auf, pick doch bitte auf. Das ist ja der beste Mann, viel Glück auf jeden Fall, freue mich auf jeden Fall zu hören. So was ist eine geile Nachricht. Wenn sich das auch overall für dich lohnt, auch vom Geld her muss ja auch stimmen. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Lass morgen eins hochladen. Lass schauen Digga, also ich schicke dir das nach dem Stream wieder. Dann kannst du mir sagen, ob du da eins findest oder von gestern oder von vorgestern. Ich kann ja mal gucken, wie viele Stunden haben wir denn jetzt schon. Hat sich doch bestimmt schon wieder aktualisiert. YouTube Studio. Monetarisierung. Ne, noch nicht. Autolisiert. TikTok will wirklich, ich sag dir, no joke. Hab so viele Frauen durch TikTok kennengelernt. Als ob. Meinst du jetzt, sie wird's Playboy gewonnen oder was durch TikTok? Geil. 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 Er klärt sich die Frauen durch TikTok. Wo macht das auch geil? Geil. 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 Der klärt sich Frauen einfach so auf TikTok, aufentspannt. Wo ist das nice? Wenn's so läuft, mach weiter so. Ich glaub ich muss auch mal TikTok machen, ne? Ich glaub ich muss auch mal da reinsteppen. Ich glaub ich muss auch mal da reinsteppen. Und das ist nicht. Ich wahrscheinlich war so gut. dass wir jetzt mal da reinstecken und da nicht. Ich glaub mich, dass wir uns selbst wieder reinstecken und so auf sẽ das Herz schlauzt haben. Geil. Drei mal ein paar. Oh! Alle, 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 alle... Oha! Ankara Messi, Ankara Messi. Ein Match, ja genau, ein Match. Topsen, wenn du solche Tipps hast, bitte nächstes Mal mir die Tipps weiterleiten, bitte Topsen, ich bin auch Point. Lecky, ich bitte dir, ich biete dich dem Tor, nein, ich sag, meinst du, meinst du, ich muss mal noch Hammond steppen, ne, der Erste bekommt 200, der Zweite bekommt 100 und der Dritte bekommt 20. Ja, ich dachte, ich meinst du, das ist ein Spiel, dann gehen wir mal los, top Typ, warte mal Nixen, aber mach mal, da kriegst du ja, klär mal so VIP Karten da, so VIP, so schön, schön, schön. Belek, in der Zeit, wo ich traite, liegst du noch in den Federn, der dreht sich, hehehe, sag doch mal, paar Tippchen, Mann. Was heißt, was ist eigentlich, ne, die Spieler zahlen dann eine Teilnahmegebühr und dann wird es aufgeteilt auf die ersten drei Spieler. also, ich zahl selber nix, ich cast das Ding halt nur, ne. Oh, Ginola! Hier nur Loge, Loge, Loge. Boah, ich hab das Wort mies falsch ausgesprochen, war? Es ist Loge, Loge. Digga, scheißegal. Ich weiß schon, was das ist, aber ich kann das Wort grad nicht aussprechen. Loge, genau, Loge. Boah, hab ich das grad so falsch ausgesprochen, wie stimmt? Egal. War es doch Mukai oder nicht als Trainer? Ich sag dir so, ich sag dir so, Mukai ist sehr korrekt, er hat einen Tipp gesagt, wo er die ganze E-Sport-Szene hochgenommen hat, mit Leibold. Ich weiß nicht, aber ich glaub, die ganze FIFA-Szene hat diesen Leibold verflucht. Ich glaub, die ganze FIFA-Szene hat diesen Typen verflucht. Leibold in Form, ich weiß noch. An sich, Mukai ist trotzdem so ein korrekter, also wie ich ihn kennengelerde, korrekter Mensch. Aber, aber dieser Leibold hat mich rasiert. Man hat sich schon gefreut, ey, ich kann mir das Team bauen, ich kann mir das Team bauen. Boah, ich mach Save, 5 Millionen oder so und auf einmal, hier 5 Millionen, minus 3 Millionen. Ich hab diese Leibold Karte, ne? Ich hab diese Leibold Karte, ne? Diese Leibold Karte hab ich so verflucht, ne? Bruder, ich wollte den... Boah... Wenn du Coins hast, deck dich mit Rare Gold Karten ein, oder geh in 85er aufwärts. Jetzt ist Qualifier, jetzt muss ich meine ganzen Coins erstmal ausgeben, aber nach Qualifier gerne. In Best Pass halt meistens nicht zu Pro, die brauchen irgendwie Coins. Ich hasse das auch voll, ich bin so ein ungeduldiger Mensch, ne? Ich hasse das, die Spieler so lange zu halten. Das macht mich so sauer, weil ich nicht sehe, die steigen nicht nach einer Woche oder so und halte die. Ich werde sehr ungeduldig. Was geht Moritz? Was ist Moritz? Ich heiße Moritz, Bro. Hey! Moinsen, Miyagi. Ich wünsche, ich könnte deine Sprache. Who come, Bro? Oti, bist du noch da? Oti, bist du noch da, Alter? Oh! Möimlich! Ja, bin ich. Okay, okay. GG, GG! Bis zum nächsten Mal.